Dien vor dem Krieg. Das Europa der Monarchen, es scheint unerschütterlich. Aus Habsburg pflegt höfischen Glanz. Doch Kaiser Franz Josef weiß, sein Vielvölkerstaat ist in Gefahr. Bosnier und Serben fordern Unabhängigkeit auf dem Balkan. Russland unterstützt die Serben gegen Wien. Die Russen fühlen sich den slawischen Brüdern verpflichtet. Zar Nikolaus II. baut seine Armee zur Schutzmacht auf. Auch das Deutsche Reich rüstet mit, es fühlt sich eingekreist. In Nibelungentreue fest steht Kaiser Wilhelm zu Franz Josef, der den Krisenherd des Balkan fürchtet. Das hat er meiner Mutter auch gesagt. Er hat also schon erkannt, dass die Situation eine äusserst kritische war. Er war auch der Überzeugung, dass ein solcher Weltkonflikt das Ende herbeiführen würde. Oder könnte zumindest, sodass er da alles gemacht hat, um zu bremsen. Der Neffe des Kaisers, Erzherzog Franz Ferdinand, will mehr. Die kurz gehaltenen Balkanvölker etwas von der Leine lassen, um das Imperium als Ganzes zu retten. Als Vereinigte Staaten von Großösterreich. Doch die Lunte auf dem Balkan glimmt. Wer immer aus Wien dorthin kommt, begibt sich in Gefahr. Besonders der Thronfolger. Juni 1914. Franz Ferdinand ist auf dem Weg nach Bosnien, trotz Warnungen. Vorbereitung auf einen Mordanschlag. Der Erzherzog vor Ort. Kennt er das Risiko? Der Erzherzog Franz Ferdinand hat genau gewusst, welche Gefahr es ist. Aber wenn man einmal schon eine Pflicht hat, darf man eben auch von einem persönlichen Risiko nicht zurückschrecken. Fanatische Serben planen, den Thronfolger zu töten. Sie wollen Zyankali schlucken, falls ihr Attentat missliegt. Verklärung. Sie waren Idealisten. Jung, belesen. Sie wollten Freiheit. Sie wollten durch ihre Tat die Unterjochung der Serben durch die Österreicher beenden. 28. Juni. Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo. Am serbischen Nationalfeiertag. 10.10 Uhr. Der Konvoi passiert den Appelkai. Dort warten sechs Attentäter an verschiedenen Stellen. Vor der Stelle, an der mein Onkel stand, waren noch zwei weitere Attentäter. Doch die reagierten nicht, als Franz Ferdinand in seinem Auto vorbei fuhr. Mein Onkel aber nahm seine Handgranate und warf sie. Bombe aktivieren und rutschen. Die Granate detoniert nicht vor dem Wagen des Erzherzogs, sondern vor dem eines Obersten. Der Thronfolger und seine Frau bleiben unverletzt. Franz Ferdinand besteht darauf, die Fahrt fortzusetzen. Da musste er, wissen Sie, denn da wiederum ist es die Pflicht eines Souveräns oder des Erben des Souveräns, nicht vor so etwas zurückzuschrecken. Denn in dem Moment, wo man vor einer solchen terroristischen Aktion zurückschreckt, in dem Moment hat der Terrorismus gewonnen. 10.45 Uhr. Der Erzherzog verlässt das Rathaus. Auf seinen Wunsch ändert der Konvoi die Route. Die Gefahr scheint überstanden. Vor dem Kaffeehaus Kroatia wartet ein junger Serbe, Gavrilo Princip. Der Zufall kommt ihm zu Hilfe. Der Chauffeur Franz Ferdinands bog in die falsche Straße ein. Man hat ihm nichts von der Wegänderung gesagt. Der Thronfolger ließ den Wagen wenden. Genau an dieser Stelle stand Princip. 10.50 Uhr bedrängt von der Menschenmenge, bewegt der Chauffeur den Wagen nur langsam. Der Appentäter kann aus nächster Nähe schießen. Wenig später steht fest, der Thronfolger und seine Frau sind tot. Der Appentäter und einige Komplizen werden verhaftet. Sie ahnen nicht, was sie ausgelöst haben. Es ist eine ganze Weltordnung zusammengebrochen. Danach ist dann ja, ich meine, das erste Mal in Österreich und Ungarn eine sehr starke Kriegsstimmung gewesen. Man war ja schon satt bis da mit den serbischen Provokationen. Habsburg trägt den Thronfolger zu Grabe und den Frieden. Österreich stellt den Serben ein Ultimatum, droht mit militärischer Gewalt. Als Belgrad schließlich einlenkt, stehen die Zeichen längst auf Krieg. Franz Josef will den Kampf mit den Serben. Und der deutsche Kaiser steht an seiner Seite. Auftakt zum Weltkrieg. Darum auf, für den Waffen. Jedes Schwank, jedes Zöger, der Parat am Vaterland. In ganz Europa frenetische Begeisterung für einen Krieg, den später niemand gewollt haben will. Man war hingerissen von der Idee, für Gott, Vaterland und Herrscher, wenn man so will, in den Krieg zu ziehen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Die Begeisterten sterben zuerst. Am Ende steht ein mörderischer Materialkrieg. In den Schützengräben enden alle Illusionen. Für uns junge Leute war es die Fortsetzung eines glücklichen Soldatenspieles. In vollkommener Unwissenheit über den ernsten Charakter eines echten Krieges, in dem man echt totgeschossen wird. Auf den Schlachtfeldern Europas verblutet eine ganze Generation. Neun Millionen Tote. Zeugen des verhängnisvollen Glaubens, der Krieg sei Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Opfer eines Weltenbrandes, den zwei Todesschüsse auslösten. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Untertitelung des ZDF, 2020